Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal StunnoGaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde Sledder.io. Ähm, ja. Let's go. Ey. Komm jetzt. Perfekt. So, wir haben das ja länger nicht mehr gespielt. Yo, ist die fett, die Schlange oder was auch mal das sein soll. Boah. Dit war knäpp. Der ist auf Angriff. Let's go. Bam, alter. Let's go. Alles meins. Ich muss ja kurz das schreiben. Ah, Mist. Ja, Leute, ich musste kurz das... Einen Moment. Okay, Leute. So, hoffentlich klappt's jetzt. Ach, ich hab ja so'n bunten Ding. Hab ich ja voll vergessen, als ich den schon hab. So. Mhm. So. So. Zack. Lecker. So, wir sind 431. Ziel ist natürlich immer in die Top Ten zu kommen. Ist aber schwierig für einem Video. Müssen wir nämlich einmal hier schauen, ob wir das hinkriegen. Wo sind die alle hin? Die sind alle weg. Die sind alle weg. Okay. Okay, hier ist irgendeiner mit einem Boost-Lankes-Gang. Der hat mich auseinandergenommen. Ja, gut. Das ist natürlich blöd. So, jetzt bin ich wieder weg. Ich musste gerade ein bisschen was klären. Also, leider läuft das hier gerade nicht mit dem Tag. Aber jetzt habe ich es geklärt. Und jetzt kann ich hier auch noch weiter machen. So, ähm... 6... 6300. Wie soll ich denn auf Top Ten damit werden, Alter? Na, wird ein bisschen schwierig. Boah, das war gerade ein Ruckler. Das liegt aber auch teilweise an diesem Spiel, ne? An City. Oh, wisst ihr noch, wo das eine Zeit lang gar nicht mehr spielbar war? Also, ich glaube, die haben sogar irgendwas daran gearbeitet. Weil man konnte gar nicht mehr Slida.io spielen. Oua. Und, ja, ich glaube, die haben da irgendwas umgeändert gehabt. Und... Man kann es wieder spielen, ne? Ist aber jetzt auch schon... paar Monate her, wo das war. Deswegen. Okay. Wir sind wieder am Arsch der Welt. Oh, 68k. Warum hat die sich so genannt? Ach, hier ist der Rand. Ach, wir sind am Rand. Okay, ich verstehe. Guck mal, hier sind einfach noch gar keine Dinger. Die werden hier alle gerade gerendert, sage ich mal. Aber hier war einfach noch niemand, glaube ich. Weil sonst wären hier ja diese ganzen Punkte. Gut, wir gehen mal wieder hier nach links. Das Ding ist, wenn wir jetzt da lang gehen, gehen wir direkt in die Mitte rein. Ich würde eher hier lang gehen. Das ist, glaube ich, besser. Ich habe nämlich keinen Bock, direkt in die Mitte zu gehen. Wir sammeln hier erstmal ein bisschen. So. Ach, was soll der Geiz? Wir gehen jetzt in die Mitte. So. Zack, zack, zack. Bam, bam, bam. Einmal einsammeln, bitte. Danke. So. Zack, zack, zack. Oh. Komm her. Ich frage mich gerade, haben Slater.io mittlerweile auch so eine App, die du herunterladen kannst? Oder ist das immer im Browser? Wäre ja schon geil, wenn man es auch irgendwann halt wirklich so herunterladen könnte. Wisst ihr, was ich meine? Dass man es nicht im Browser spielt, sondern wirklich so eine App da fährt. Na ja, wie Discord zum Beispiel. Das wäre schon geil eigentlich, ne? Das irgendwann zu haben. Die geilen jetzt alle auf mich. Guckt euch das mal an. So, wir gehen aber hier weg. Kein Bock auf die. Okay. Das war gerade sehr knapp. Digga, kannst bitte weggehen? Ich hab keinen Bock auf dich. Ich hab keinen Bock auf dich. Digga, kann man nur so dumm sein. Und, also, das ist ja jetzt wirklich... Häh. Häh. Hä? Kann man nur so dumm sein? Egal, Leute. So. Wir sind jetzt mittlerweile 1178 groß. Das schmeckt doch. Da oben ist auch irgendwas, hab ich gesehen. Gut, wir haben einen Kill jetzt mittlerweile gemacht. Du gehst mal weg von mir. Weg. Geh weg. Ich will nichts mit dir zu tun haben. Das sind eigentlich die ganzen kleinen Dinger. Da ist der Flo. Flo 704. Der nennt sich 704. Der nennt sich doch einfach nur Flo. Paluten ist cool. Ja, Paluten ist wirklich cool. Das ist übrigens der erste YouTuber, den ich jemals geguckt habe. Und ihn immer noch heute gucken kann. Ah, also immer wenn er ein Video rausballert, gucke ich das immer. Paluten ist cool. Das glaube ich... Wie ist er so schnell Dritter geworden? Häh. Ich hänge gerade mal bei... Bei 1300 rum. Das ist ein bisschen belastend. Tatsächlich. Komm her. Zack. Wir sollten mal mehr auf Angriff gehen, würde ich sagen. Dem ist... Hier sind gerade keine. Doch, da oben. Diese Queryty. Ah. Ja. Er will, er will, er will. Er will. Nein! Oh, ich bin gestorben, Leute. Das war ja komplett... Das war ja komplett Mist. Okay, Leute. Ich würde aber auch sagen, das war's mit diesem Video. War eine sehr kurze, aber auch geile... Ähm... Folge. Ja. Wenn ihr euch das Video gefallen habt, lasst gerne einen Like, einen Abund, Kommentar da. Schaut außerdem auf meinem Discord-Saber vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, wenn ihr kein Video mehr verpasst habt. Darum auf den Tag. Haut rein, wenn ihr euch erst dann doch. Ciao, ciao. Auch wenn du's grad sieben Stunden trennnen, ich würd tausend Kilometer auf mich nehmen. Durch die Tiefsee würde ich tauchen und den höchsten Berger klemmen. Würden Marathon laufen, nur um heute Nacht in deinen Armen zu pennen. Oh, 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 in deinen Armen zu pennen. Oh, 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 durch die Tiefsee würde ich tauchen und den höchsten Berger klemmen. Würden Marathon laufen, nur um heute Nacht in deinen Armen zu pennen.